Sag mal, ich überlege gerade, ob ich mir für meinen Motorradhelm ein getöntes Visier kaufen sollte. Das sieht auf jeden Fall cool aus, wie bei diesem Schätzchen hier. Allerdings muss ich dich fragen, fährst du auch mit dem Motorrad zur Arbeit oder zur Schule oder nutzt es anderweitig im Alltag? Ne, zur Arbeit fahre ich mal mit den Öffis. Ich fahre wirklich nur in der Freizeit. Wieso meinst du? Weil man bei Fahrten im Alltag ja auch mal Gefahr läuft, im Dunkeln fahren zu müssen. Das ist ein getöntes Visier nicht nur verboten, sondern vor allen Dingen auch gefährlich. Da wäre ein klares Visier in Kombination mit einer Sonnenblende so die deutlich bessere Lösung. Ah ok, ja das ist wirklich wichtig zu wissen. Aber da ich nicht im Dunkeln fahre, würde ich mich mal nach einem getönten Visier umschauen. Zum Beispiel bei euch im Shop und dir folge ich jetzt erstmal. Danke fürs Vorbeischauen und ja, getönte Visiere haben wir für fast jeden Helm da. Hast du jetzt noch eine Frage?